Erfolgs-Story Fuck You Goethe, so fing vor vier Jahren alles an Der nächste Kinobesuch steht an – bald startet der dritte Teil von Fuck You Goethe. Die Treier zum finalen Streifen versprechen bereits ein würdiges Finale mit ordentlich Arbeit für die Lachmuskeln. Doch kann Nummer 3 auch seine beiden Vorgänger toppen? Schließlich blickt die Reihe rund um Aushilfslehrer Zeke Müller, Elasen Barik, 35, und seine Horrorklasse, angeführt von Cantal, Ia Hase, 24, und Danga, 25, bereits auf einige Wahnsinn-Folge zurück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017